So, da sind wir wieder zurück und bereit, die letzte Quest hier noch irgendwie zu erledigen. Das müsste dann im Prinzip ja hier irgendwo sein. Weil diese Quest geht mir einfach auf den Keks, ja, die da noch rumsteht. Sind wir hier richtig? Hier muss ein Zeichen sein. Gehen wir mal nach Norden. Vielleicht hier so? Na, hier ist ja schon das Dorf hier. Hm. Passt auf, ich mach das mal kurz auf eher, weil es ist ja einfach viel zu langweilig sonst. So, ich hab jetzt die Insel nochmal abgesucht, hab noch ein, zwei Gegner erledigt und ich kann's leider hier nicht mehr wegkriegen. Von daher ist mir das jetzt egal und wir machen jetzt weiter mit unserer Reise. Das ist ja sowieso sehr viel interessanter. Ja, und wir werden uns jetzt nach Caldeum begeben. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. So, auf nach Caldera. Verlassen wir diese schöne Küste und fahren nach Caldera. Dort gibt es einiges zu tun für uns. Wir können die ganze Stadt ausrauben in der Nacht. Hehe, da freu ich mich schon am meisten drauf. So, und schauen wir mal, was wir da jetzt so alles tun können, wenn wir da landen. Das ist sie, die brennende Stadt. So, Paddy, dann komm mal mit. Komm mit. Kein Problem. So, schauen wir mal kurz aufs Questbuch. Ja, Sia ist ja ein Kapitän und den sollen wir hier finden. Ach ja, das kennen wir noch aus unseren ersten Parts. Ne? Das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass hier ein Pirat auftaucht. Du sprichst von Garcia. Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Oha. Wo ist Garcia jetzt? Keine Ahnung. Er ist vor ein paar Tagen weiter gesegelt. Vielleicht weiß Carlos mehr. Was war das für eine Nachricht? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden. Hat sich richtig wichtig gemacht. Er meinte, die Nachricht wäre von Mara und für die Mitglieder des Hohen Rates bestimmt. Also hängt er auch mit Mara unter eine Decke. Dieses Gesindel. Hey, Juan. Bist du bereit für eine weitere Lektion? Ja. Lass uns trainieren. Männer, aufgepasst. Es gibt einen Kampf. Mach schon. Bist du nämlich völlig... Du kleine... Tja, diesmal bist du nicht so großkotzig, wa? Ich hab viel gelernt, als ich weg war. War nicht so schlecht, oder? Beim nächsten Mal sieht's anders aus. Ach so. Wenn er das sagt. Ich geh erst mal pennen. Das hat mich müde gemacht, dieser Kampf. So. Was gibt's hier noch so? Oh, du seht ja hier eh keinen, oder? Wir sind nun mal Dieb. Dafür werden wir bezahlt. Für die drei. Dann geht er weg. Okay. So geht's. Ha. Ein bisschen Schrot, ein bisschen Proviant. Ich hab sogar eine 60er-Kiste. Schöne Sachen gibt's hier in Caldera. Die war ja mal einfach. Eine Schatzkarte. Der Schatz am Strand der Festung. Ausgezeichnet. Hey Carlos, altes Haus. Ach du Scheiße, ey. Wie konnte es nur so weit kommen? Von den fünf Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen zwei, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zurzeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote-Jahn kam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin, dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arvorea. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Bette gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der vier Waffen hat. Garcia war der Bote, der Maras Angebot überbracht hat. Und er war eine lange Zeit in Caldera. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an. Der hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. Sind wir, sind wir, Carlos. Aber ich glaube, bevor wir das machen, ähm... Habe ich doch gehört, hier gibt es noch ein Schätzchen, oder? Äh, Caldera auf der Karte markieren, bitte. Der soll hier sein? Ach, der muss da unten sein. Ah, ich verstehe. Reisen wir mal schnell hier zum Strand. Und diese Viecher, ey. Der Schatz muss hier drin sein. Erinnert ihr euch noch an diese Insel? Was war das? Heldenkraut. Coole Sache. Da ist der Schatz. Also hatte diese Insel doch einen Sinn. Also diese Höhle, nicht die Insel, natürlich. Wie komme ich denn auf Insel? Dann wollen wir doch mal sehen. Der Schatzjäger vom Dienst. Mach auf. Komm mit einem... Geil, ein legendärer Gegenstand ist da drin. Ich werde bekloppt. Ja, geil-O-Mat, ey. Damit haben wir Klingen schon plus, äh, sieben. Schön, schön. Das freut mich. Auf wieder nach Caldera. Und dann möchten wir doch gerne mal reinreisen in die Stadt. Wenn du mir jetzt nochmal sagst, wo das Tor war. Da. Komm. Mach das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort. Geil, jetzt kommen wir hier rein. Caldera. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenn dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rum besorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, hab ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Joa, machen wir, ähm. Wo wohnt Mauregato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Genau. Ah, Patty ist ja doch noch da. Über die Brücke, das wird's die. Erste Haus, linke Seite. Kann ja denn nur... Ohne die Magier wär's nie so weit gekommen. Der Hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Es heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube... Aha, ein weiterer Flüchtling aus dem Reich. Wenn du Arbeit suchst, kannst du Kisten schleppen. Ich bin kein Flüchtling. Du kommst von der See? Bist nicht der erste Pirat, der hier einläuft. Erstmal beklauen wir ihn. Das hat sich gelohnt. Hast du mal nach... Hey, warte, warte, warte. Was weißt du über andere Piraten? Gassir, der Käpt'n, war bis vor kurzem in der Stadt. Maurigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und... Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik. Ich kümmere mich um die Kisten. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Haha. Und es ist das erste Mal, dass hier die richtige Anzahl Kisten ankommt. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Aber es stimmt. Weißt du was? Darauf gebe ich einen aus. Cool. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. So, wer bist du denn hier? Halt! Kein Zutritt! Mein Herr Azzuro will nicht gestört werden. Hm. Hast du mal nach Norden geschaut? Na gut, denn nicht. Ich glaube nicht an Frieden. Hey. Was willst du hier? Ist das Maurigatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Maurigato dich erwartet. Mein Anliegen ist bedeutend für Herrn Maurigato. Wenn er erfährt, dass du mich aufhalten wolltest, wird er nicht erfreut sein. Der ist ja schon gut. Ich mach ja nur meinen Job. Ja, hat er recht. Wir gehen gleich da zu Mauri. Ja, die Inquisition braucht gute Männer. Willst du dich freiwillig melden? Wer bist du denn hier? Lopez. Dann drücken sie dir wenigstens eine Muskete in die Hand. Was bleibt mit dir? Warte mal, ich kenn dich doch. Du bist doch der Leutnant, den sie rausgeschmissen haben. Hat sich wohl rumgesprochen. Was haben sie erzählt? Wegen pflegelhaften Benehmens? Warst wohl zu oft betrunken, wie? Zu viele Schlägereien. Oh, verstehe. Alles klar. Hier geht dir keiner auf den Sack. Und? Wofür stehst du dir hier die Beine in den Bauch? Wir werben neue Rekoten an. Wenn du noch auf unserer Seite stehst, kannst du für uns werben. Glaubst du, ich bin dafür der Richtige? In harten Zeiten kann man nicht wählerisch sein. Warum sollte ich das tun? Wenn schon nicht aus Loyalität, dann vielleicht für Gold? Für jeden neuen Rekot zahlt der Kommandant eine Prämie. Die würde ich dir glatt überlassen. Hm, klingt gut. Was sind geeignete Kandidaten? Ich glaub kaum, dass sich ein Diener oder der Schneider anwerben lässt. Versuch's bei den Bürgern und Arbeitern. Ja, werden wir dann mal probieren. Einverstanden. Ich bin dabei. Gut, wenn drei Rekruten bei mir unterschreiben, kriegst du deinen Lohn. Was bleibt mir denn sonst übrig? Als Feldarbeiter... Ey, Bürger! Du bist der Richtige für die Inquisition. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht melden soll. Warum zögerst du? Ich weiß nicht. Also irgendwie... Sieh dich mal um. Lauf mal durch die Stadt und schau dir die Leute an. Die verlassen sich auf die Inquisition. Du kannst da einen Teil dazu beitragen, dass sie alle gerettet werden. Ja, du hast recht. Ja, ich melde mich. So, den ersten haben wir schon mal. Melde dich für die Inquisition. Wieso wirbt ein Kerl wie du für die Inquisition? Ich war auch mal dabei. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Das sagt alles. Hey, Moment. Ich arbeite verdeckt. Oh, sowas gibt's auch? Das ist ja... Meinst du, ich kann das auch? Na klar. Wo muss ich unterschreiben? Geh zu Lopez. Geil. Ich wollte mich melden. Sehr schön. Name? Elf Fidelo. Gut. Hoffen wir das Beste. Die Inquisition braucht dich. Bist du verrückt? Ich bin froh, dass ich noch lebe. Da kann ich mir ja gleich eine Kugel ins Bein jagen. Ich kann dir dabei helfen. Och, lass mich doch in Ruhe. Was für eine Pfeife. Hoffen wir das Beste. Jetzt nicht. Hm. Ja, 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 ja. Ein komischer Krüppelheld da. Bonon Burger. Bonon Burger, bitte. Das wird... Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst hier keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit. Hast du Libra? Das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Äh, Vorteile? Vorteile? Es gibt regelmäßig Sold. Und was soll ich damit anfangen, wenn sie mich in den Dschungel schicken, wo es keine Kneipen gibt? Es gibt gute Verpflegung. Verpflegung? Es gibt nur dünne Suppe. Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet. Und zwar an der eigenen. Wirklich? Hm. Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich spreche mal mit ihm. Das war ja einfach. Haben wir schon mal wieder eine Quest erledigt? Lopez. Als Feldarbeiter kriegst du höchstens eine Hacke. Ja. Du hast deine Rekruten. Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So, wer ist der Nächste? Ja, 300 Gold. Ist jetzt auch nicht unbedingt... Naja, egal. So, gibt's hier nicht mal einen Verkäufer? Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Bogeitina. Hier, du siehst aus wie ein Verkäufer. Das sagt mein Mann auch immer. Tritt näher. Ich besitze Waren aus aller Welt. Piratensäbel. Früchte aus Arborea. Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Mal gucken, ob der wirklich so gute Sachen hat. Matrosenring. Ist ja nicht so toll. Ist auch nicht so toll. Ring des Jägers. Wir haben schon eine Karte von Chaldea. Bäm. Die kaufen wir. Allein, äh... Weil es ein legendärer Gegenstand ist. So, versuchen wir mal das Geld wieder reinzuholen. So, da haben wir es auch schon wieder drin. Brauchen wir alles nicht hier den Quatsch. Eine Pistole kann auch weg. Ich denke, ein Ring des Diebes kann... Beziehungsweise können auch fast beide weg, oder? Rum und Krog haben wir hier auch noch rumliegen. Idole en masse haben wir. So, ich glaube, 8.000 Gold reichen erst mal. Jo, wie läuft denn das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Pah! Und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Ist ja unglaublich, ein Pirat. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Ehrenvoll also. Das liegt wohl an mir. Natürlich. Seid ihr ebenfalls ehrenvoll und außerdem sehr hübsch. Wir können uns später lauter nette Dinge sagen. Jetzt brauchen wir Informationen. Genau. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. Ich habe dir gerade 2.000 Gold gezahlt. Nun habt dich mal nicht so. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. So, ich würde sagen, hier an dieser Stelle beenden wir erstmal wieder den Part und wir sehen uns dann wieder im nächsten. Bye, bye.